Respekt und frohe Weihnachten an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesetzlichen Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir, das Team von Rentenbescheid24.de wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung, der Regionalträger der Rentenversicherung und auch der Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Alles Gute zu Weihnachten und einen guten Rutsch für das Jahr 2023 und natürlich beste Gesundheit. Ich zolle Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meinen allergrößten Respekt für das, was Sie in den letzten drei Jahren, beginnend ab 2020, wirklich geleistet haben, auch im Sinne Ihrer Versicherten und auch unserer Mandanten. Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach war. Ich weiß auch, dass Sie unter anderem unter hohem Krankenstand, Personalmangel und möglicherweise auch unter internen Organisationsmangel leiden. Ich weiß auch, dass Sie darunter leiden, dass der Gesetzgeber seit 2020 viele, viele Änderungen in der gesetzlichen Rente durchgesetzt hat und Sie mussten das sozusagen an erster Front stehend hier dann auch umsetzen. Ich weiß auch, dass es mit uns Rentenscheid24.de wirklich nicht immer einfach ist, aber in der Sache selbst wollen wir doch alle das eine, dass wir unsere Mandanten, Ihre Versicherten letzten Endes gut bedienen und dass diese Leute auch dann tatsächlich zu Ihren Rentenleistungen kommen. In der Sprache war es immer fair. Ich habe das an vielen Telefonaten erfahren dürfen, haben wir auch öfters mal gelacht und Sie haben mir auch viel mitgeteilt zu dem, was bei Ihnen in der Rentenversicherung so los ist. Aber letzten Endes muss ich wirklich sagen, Sie haben uns auch viel geholfen. Sie haben uns auch viel in Ihre Karten schauen lassen und das nehmen wir selbstverständlich auch für unsere Arbeit, für die Zukunft mit. Und deshalb hoffen wir und wünschen wir, dass wir mit Ihnen weiterhin eine gute und auch kollegiale Zusammenarbeit haben und zwar im Sinne der Interessen für unsere Kunden und für Ihre Versicherten. Ich wünsche Ihnen daher nochmals herzlichst alles Gute zu Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2023. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und das ist ein sehr guter.